In der Quarantäne habe ich mit Pamela Reif urviel Sport gemacht. Ich habe auch mit Sport was gemacht. Ich habe einen total grünen Daumen entwickelt. Irgendwas stimmt mit meiner Pflanze nicht. Einmal die Woche habe ich mit den Mädels Hausparty gemacht. Ich habe auch sozialen Kontakt gehabt. Ja wirklich, du bist so ein Herrscher und du bist so ein Glücksbrunzer, Alter. Du geschissenes Hurenkinder hast. Wirklich, das gibt es ja nicht, Alter. Ich habe echt viele gute Dinge gelesen. Ah, gelesen habe ich auch. Ich habe mir einen TikTok-Account gemacht. TikTok ist doch diese Urkinder-App, oder?